Herzlich willkommen zum achten Tag unseres Adventkalenders. Der nächste Punkt im Data Governance Framework ist die Etablierung von Prozessen. Ein besonders wichtiger Prozess ist das Data Quality Monitoring. Meist poppt mangelnde Datenqualität bei der Erstellung und Bearbeitung von Berichten auf. Werden Daten aus einer neuen Perspektive betrachtet, stellt sich meist heraus, dass diese der neuen Betrachtung nur bedingt standhalten. Mit Data Governance können Sie verhindern, dass mäßige Daten erst zu einem sehr späten Zeitpunkt ans Licht kommen. Idealerweise ist die Qualität Ihrer Daten im Vorhinein bekannt und wird durch ein kontinuierliches Regelwerk geprüft und gemessen.